moin moin leute der gepflegten landluft ich bin am überlegen ob wir hier eine verlosung starten oder ob es bei youtube davon genug gibt nicht das entscheidet aber ihr ich denke mal wer einen älteren wohnwagen sucht braucht keine neue zeitschrift zu kaufen denn in den älteren zeitschriften sind interessante themen drin auch über ältere wohnwagen und ältere wohnmobile und so habe ich das auch gemacht ich habe mir zeitschriften soll egal welches alter es war auch von ebay kleiner zeigen welche gekauft und habe mir daraus dann das ausgesucht was wir gerne hätten an wohnwagen deswegen denke ich mal verlose ich so eine zeitschrift hier beziehungsweise alle die ich habe das ist ein kleiner stapel und ich finde das eigentlich ganz gut jetzt frage ich mich findet ihr das auch gut wenn ich das mache wollt ihr die zeitschriften haben oder soll ich sie alle in den müll werfen oder kein wert fort damit im ernst jetzt wollte es haben dann würde ich im sommer anfangen zu verlosen ich muss ja auch mal gucken wie man das macht auf youtube so ein los generator werfen und für die kommentare jeder was haben möchte und ja wie das so alles läuft habe ich mich noch nicht beschäftigt ich wollte erst mal fragen ob ihr darauf habt und wenn ja können wir das gerne machen es ist nicht so dass ich nur hier diese zeitschriften habe es ist auch so dass ich elektronik habe ohne ende computerzeug und ich möchte ein wenig hier ich sag mal das haus aufräumen und viele sachen loswerden deswegen finde ich das eigentlich eine gute sache das zeug zu verlosen ich trage das porto ihr habt davon eben den gegenstand den ihr haben möchte wenn ihr gewinnt und ich denke mal das ist eine gute sache ich werde natürlich nur sachen verlosen die in ordnung sind die noch anselig sind und die man gebrauchen könnte der rest kommt in die tonne ist ja auch klar denn schrott wirken die tonne und das was man gebrauchen kann eben für euch es ist das so ich hatte in vergangenen zeit viel hobbys und es hat sich einiges angesammelt und ebay kleinanzeigen ebay markt.de und den ganzen gedöhnen so was da so gibt habe ich keinen bock darauf dass da anzubieten denn da kommen immer die leute an ich kaufte das für 1 euro ab ja und da habe ich keinen bock drauf und deswegen verschenke es lieber wäre nett wenn ihr unten unterschreiben würde in die kommentare ob ihr das gut findet und ja und ich hoffe dass wir uns hier auf dem kanal mal wieder sehen macht's gut euer jan das ja ja